Schneller als zur ritterlichen Gesittung und zur höfischen Zucht war Parsivalen nun zur Rüstung und Ansehen eines Ritters gelangt. Jetzt trieb es ihn hinaus in die Welt, seinen schnell errungenen Sieg in weiteren Kämpfen zu bewähren und neuen Ruhm zu ernten. Zwei Tage lang ließ er ohne Pause sein Pferd ausschreiten, sodass er es in seiner Unerfahrenheit zu Schande geritten hätte. Da stiegen vor seinen Augen in weiter Ferne die Zinnen einer Burg empor. Hier herrschte Fürst Gurnemanns. Allein saß er vor der Burg im Schatten einer mächtigen Linde, ein Sperber auf der Faust. Der Greise Gurnemanns fand Gefallen an dem jungen Rittersmann, der ihn ehrerbittig grüßte. Parsival aber erinnerte sich an die Worte seiner Mutter, graue Häupter zu ehren und dem Rat der Weisen zu folgen. Staunend sah er, wie Gurnemanns sein Sperber in die Luft steigen ließ, staunend hörte er das goldene Glöckchen am Fuß des Vogels klingen. Kaum hatte man in der Burg das Geläute der Schelle vernommen, kamen Knappen herbei und hörten auf die Befehle ihres Herrn. Er weß sie an, für Parsival ein Gemach zu bereiten und die Tafel für den Abend zu richten. Fürs Erste aber sollten sie sein Ross in die Stallung führen und ihm beim Ablegen des Panzers behilflich sein. Das aber wollte durchaus nicht in das des wild aufgewachsenen Knaben Shales hinein. Was Herzeleid ihm an Weltwissen versagt, das fehlte ihm nun, und er, der Thor, der er war, weigerte sich vom Pferd zu steigen und gar seine Rüstung abzulegen. Da konnten die Knaben ein Lachen nicht verbeißen. Aber wie vergnügten sie sich erst, als sie ihn endlich doch dazu überredet hatten und nun unter der roten Blitze schleudernden Rüstung ein komisches Narrenkleid fanden. Bei einem Ritter, bei einem Herrn, der für König Arthus kämpft. Verstohlen lachten sie über den Sonderling, und der sich nicht dazu bewegen lassen wollte, nun auch das Narrenkleid abzulegen. Aber Gurnemanns war ein lebenskluger Mann. Er ahnte etwas vom Schicksal des Jünglings, der so klug und so aufgeschlossen war und doch nie das Rechte gelernt hatte. Darum hieß er seine Knechte, das Lachen einzuhalten. Unser jugendlicher Gast wird ein Schwur abgelegt haben, deshalb ziemt es uns nicht, über ihn zu spotten. Wir sollten sein Gelübde achten, bis es erfüllt ist. Nach dem Male fand Gurnemanns sein Gast bald in tiefem Schlaf. Vom folgenden Tag an aber begann Gurnemanns, den jungen Parsival in höfischer Zucht und Sitte einzuführen. Er lehrte ihn, das Zeichen des Kreuzes auf Stirn und Brust zu schreiben, wie es eines christlichen Ritters würdig ist. Züchtiges Maß und ritterliche Gesittung, Ehre und Würde lernte der Junge am Vorbild des Alten. Er erkannte in der Wahrheit das Schöne, im Schönen das Wahre als hohe Tugend. Sein Lehrmeister zeigte sich ihm als weiser Vater, als mächtiger Herr voller Güte und Liebe. Aber auch die Fechtkunst und das Turnierspiel, den Steinwurf der Kraft und Geschicklichkeit forderte und das Können des Jägers, der zugleich ein fürsorglicher Jäger ist, erlernte Herzeleits Sohn in dieser Zeit bei Gurnemanns. So kam der Tag, an dem Parsival wußte, daß ein ewiger Frager einem faselnden Schwätzer gleicht, daß ein wütender Schläger im Turnier keinen Preis gewinnt, daß Hohes nur erreichen kann, wer nach Hohem ringt und daß, wer die Bahn der Tugend verlässt, sein ritterlich Ehrenkleid verliert, nach und nach wie ein mausernder Vogel. Und immer wieder sagt ihm Gurnemanns, daß er jedes unhöfliche Fragen vermeiden müsse, stets, wenn er irgendwo zu Gast sei, bescheiden warten sollte, bis man ihm ungefragt alles sage. Die Kunst, mit Frauen umzugehen, die legte dem Staunenden das Töchterlein des Gurnemanns aus. Was Frauen an Ehren gebührt, wie man ihre Gunst erwirbt, wie gepflegte Sitte den Umgang mit den Frauen ziert, dies alles entfaltete sie anmutig vor Prinz Parsival, wie ein mit Blumen besticktes Tuch. So wurde er auch in höfische Liebeskunst ein Meister. Im Haus des alten Gurnemanns lebte Parsival wie ein Sohn, geehrt, geliebt, versorgt und treu beraten, und zwar um so mehr, als vier Söhne des Alten aus der Schlacht nicht mehr zum Vater heimgekehrt waren. An so ne Stadt entließ der Alte den Jungen, als er hinaus verlangte, um die erworbenen Tugend zu bewähren. So war der weise Lehrmeister traurig, als der Tag gekommen war, an dem er sein Zögling den Abschied gönnte. Der versprach sein Wiederkommen und sagte, »Meine Taten sollen Zeugen werden und euch berichten von meinem Lebensweg. Lebt wohl denn, Herr und Gott zum Gruß!« Mit diesen Worten zog Parsival nun ein junger Ritter fort. Aber gar wunderlich war ihm zumute, als vor ihm die weite Welt lag. Als er einst seine Mutter Herzeleide verlassen hatte, das ihr Herz daran zerbrach, war er im Narrenkleid und mit einem alten Klepper durch den Wald gezogen, gottesfürchtig zwar, doch ein ahnungsloser Tor. Eine Rüstung hatte es ihm angetan, ihr war er nachgejagt. Jetzt aber trieb es ihn hinaus, sich im Abenteuer zu bewähren. Am Leben wollte er stark werden, das, was er bei Gurnemanns gelernt, durch Erfahrung kräftigen, möge kommen, was immer da wolle. So hielt er dem Pferd die Züge locker, ließ es willkürlich ausschreiten. Wohin das Tier ihn auch führen mochte, ihm sollte es recht sein. Sein Renner aber brachte Parsival nach Pell-Rapir, der Stadt der Königin Convi-Ramur. Großes Unglück war über Pell-Rapir hereingebrochen, so groß, dass keiner mehr zu wissen schien, was recht sei und was Unrecht. Tempetier, der König des Landes, war gestorben und seine Tochter Convi-Ramur hatte ein ungeschütztes Erbe antreten müssen. Das machten sich böse Feinde zu nutzen, denn als Convi-Ramur sich dem nachbarlichen König Klamit als Frau verweigerte und seine Werbung ausschlug, da schickte der Geschmete ein mordbrennerisches Heer, das mit tausenden von Kriegern die Stadt belagerte, die von allen Seiten eingeschlossen, dem Hunger, schlimme Krankheiten und dem Tod draußen und drinnen preisgegeben war. Gegen König Klamides Seneschal-King-Run, der die Belagerung anführte, kämpfte nun Parsival. Furchtlos war er vor der Stadt erschienen und hatte sich Zugang bei der Königin verschafft. Sie düngte ihm Unrecht, aus verschmierter Brautschaft ritterliche Sitte aufzugeben und wie ein Räuber dort einzubrechen, wo Bürger und Bauer friedlich ihrer Wirke gingen. An der Spitze des Heeres von Pell-Rapir gelang ihm bald schon zwei Siege über Convi-Ramurs Feinde. Der Seneschal-King-Run unterlag seinem Schwert. Aber auch Klamit, der König selbst, musste sich vor Parsival beugen, Zähne knirschen zwar, aber doch froh, lebend davongekommen zu sein. Parsival verlangte, dass Seneschal-King-Run und König Klamit an den Hof des Königs Arthus ziehen sollten, um ihre Niederlage einzugestehen, des Siegers Ruhm zu verkünden und in Arthus Dienste zu treten. In Pell-Rapir aber schmetterten die Trompeten, das Volk tanzte auf den Gassen und lange, sich windende Reihen von Planwagen führten Eier, Speck, Mehl für das Brot, Fleisch, Fisch und duftenden Wein den Dabenden zu. Festlich feierte man Parsival, den Retter in der Not, als Sieger über Hunger und Sterben. Das Volk blickte zu ihm auf, als sei er der König und auch Konviramur hätte sich keinen besseren Gemahl denken können. So wagte sie die Frage, willst du über dieses Land herrschen und über mein Herz? Könntest du mein Gebieter sein? Und sie reichte ihm ihre Rechte. Dies schlug Parsival nicht aus. Gar lieblich anzuschauen war König Gonridramur und Tugend, Ehrsamkeit, aber auch Klugheit und fraulicher Witz machten sie begehrenswert. So wurde Parsival König von Pell-Rapir und wirkte mit Umsicht und Geduld seines hohen Amtes. Frieden erfreute seine Untertanen, geschäftiger Aufbau dessen, was der Krieg zerstört hatte, brachte neuen Wohlstand und wachsendes Gemeinwohl ließ alle Fäden vergessen. So schenkte Parsival seinem Lande glückliche Jahre und seiner treuen Gemahlin herzliche Liebe. Doch eines Tages wurde der friedvolle Ablauf der Tage gestört. Verträumte Erinnerungen hatte eine Stimme in Parsival wach werden lassen, die zuerst leise, dann stärker immer die gleiche Frage stellte. Was geschah meiner Mutter, die ich mitleidlos verließ? Bin ich an ihrem bittersüßen Namen schuld? Schuf ich ihr Herzleid? So trat er vor Frau Convitramur und sagte, Ich möchte meine Mutter wiedersehen und bitte dich, erlaube mir, dass ich ausziehe, sie zu suchen. Dann kehre ich wieder heim in unseren Frieden. Weil aber sein Gemahlin in dieser Bitte nicht nur des Sohnes Sehnen nach der Mutter erkannte, sondern auch neu entfachtes Fieber nach verlockenden Abenteuern, wie es nun einmal der Ritter Art ist, so erschrak sie, wie einst Herzeleide erschrocken war, als Parsival fortzog. Aber sie ließ den geliebten Mann gehen und ihre frommen Wünsche begleiteten seinen Weg. Der aber führte nicht zum Wald von Sultanen, sondern in ein Wunderland, dessen Wege keiner ungerufen findet. Parsival achtete nicht darauf, wohin ihn sein Pferd führte, denn gar zu sehr schmerzte ihn der Abschied von seiner Stadt und Burg Pell-Rapir und von der lieben Frau. Ross und Reiter gerieten in Dickicht, Sumpf und Moor, und aus der vertrauten Wirklichkeit kommend landeten sie im Unwegbaren. An einen See im Tann führte der Weg, den kein Vogel flog. Dort erblickte Parsival in Ruf weiter ein Boot mit Fischern. Unter ihnen befand sich ein Mann in prächtigem Gewand. Einen faulen Hut trug er auf dem Haupt. Aber zu seinem festlichen Kleid wollte der Ernst und die Schwermut, ja der Schmerz, in seinen wie versteinerten Zügen nicht passen. Ihm rief Parsival zu, wo man hier im Nächtigen könne, denn der Abend sei hereingebrochen, und bisher habe er nirgends eine Bleibe gefunde. Daraufhin erwiderte der Fremde, »Dreißig Meilen im Umkreis findest du hier kein menschliches Haus. Nur eine Burg steht westwärts, unweit von hier. Dort, wo die nackten Felsen aus dem grünen Land emporsteigen, erheben sich über eine mächtig gewölbte Kuppel sechzehn Türme mit großen goldenen Kreuzen auf den Spitzen. Dorthin geh, man wird dich freundlich empfangen.« Parsival dankte und gab seinem Rost die Spuren. Der Weg führte nunmehr bergan, aber je höher das Pferd mit seinem Reiter stieg, umso schwereloser schritt es aus. Der Zauber dieses Ortes war es wohl, der alle Maße verschwinden ließ, der anzog wie ein lieblicher Gesang. Und als Parsival vor sich plötzlich die Burg auf dem hohen Felsen liegen sah, da meinte er, die Zeit stehe still. Kristallen blendeten die Türme und Kreuze am nächtlichen Himmel, so dass er glaubte, das Firmament habe keine Sterne mehr. Auf dem Haupttürm aber funkelte ein Edelstein so groß wie ein Rad. Sein Licht war so stark, dass Parsival die an das Wald dunkel gewöhnten Augen mit vorgehaltener Hand schützen musste. Parsival ritt auf die Burg zu. Als hätte man ihn schon erwartet, senkte sich die Zugbrücke, öffnete sich das Burgtor. Ritter begrüßten ihn höflich, halfen ihm vom Pferd und nahmen dem Gast die Waffen ab. Alles geschah mit stiller Feierlichkeit. Ohne Hast und wie von einem unsichtbaren Herrn gelenkt, so vollzog ein jeder hier sein Amt voller anmutiger Würde. Als man Parsival in den großen Saal der Burg geleitete, da schien sich ihm alles, was er sah, wie zu einem großen Fest zu steigern. Ein riesiger, kerzenbestückter Leuchter verschwendete sein Licht über viele Tische, an denen ernst blickende Ritter alle in gleichem Gewand saßen. Düfte von Spitzereien und Gewürzen lagerten über der Tafel wie zu frohen Feier. Aber kein Lachen war zu vernehmen, kein lautes Wort. In allem schwank ein dunkler Ton, der Trauer. Man begrüßte den Fremden, als erwartete man etwas von ihm und es wollte Parsival scheinen, als stünde ihm eine wichtige Entscheidung bevor. Man führte Parsival zum Burgherrn, der an einem der Kamine gebettet war, in denen wärmendes Feuer brannte. Parsival erkannte ihn sofort. Es war der hoheitsvolle, traurige Mann, den er im Fischerboot gesehen hatte. Parsival neigte zum Gruß seinen Kopf und der Fürst der Burg winkte ihn zu sich. Fröstelnd saß der hohe Mann in Decken gehüllt und Parsival spürte den rätselhaften Sorgenblick auf sich ruhen. Je näher er trat, umso deutlicher wurde ihm die Schmerzensfurchen in diesem Gesicht, in dem das verzehrende Gift jahrelangen Sichtums zu erkennen war. Wie es ihm geheißen wurde, nahm Parsival an der Seite des Königs Platz. Aber getreu der Weisung, die Gurnemanns ihm gegeben hatte, fragte er nicht, sondern schwieg zu allem, was er sah, auch zum Leiden des Burgherrn. Ringsum saßen die Ritter. Da öffnete sich das Portal und in gemessenen Schritten betrat ein Herold den Saal. Vor sich her trug er eine Lanze, von deren Schneide rotes Blut tropfte. Überall erhoben sich nun die Ritter, sanken in die Knie und falteten die Hände. Der ganzen Menschheit-Jammer musste dieses Zeichen an sich tragen, denn Wehklagen erfüllte die wundersame Runde. Nur Parsival stand stumm. Erregt war er bis in die Tiefe seines Herzens, doch fand er kein fragendes Wort. Aus der Tür am anderen Ende des Saales kam nun eine Gruppe Mädchen, die einen mit goldenen Kerzenleuchtern in der Hand händen, andere in Scharlach-Rote-Seide gehüllt. Sie trugen ein elfenbeinernes Gestell, als sie vor dem leidgeprüften Herrn niederstellten. In grünen Samt gekleidete Jungfrauen brachten die Tischplatten aus Rubin, zwei junge Gräfinnen, endlich das silberne Besteck. Dann aber schlugen die Ritter die Augen nieder vor der reinen Schönheit, die nun von ihren Mädchen begleitet den Saal betrat. Es war die Königin Repense de Choyer, gekleidet in ein Tüllgewand aus Frankreich mit kostbaren Webereien aus Arabiens Zauberländern. Auf einem grünen Seidenkissen trug sie eine goldene Schale, die ein strahlendes Lichterbündel ausschickte und den Raum erhellte wie die aufgehende Sonne. Auch diese wurden vor dem Fürsten auf dem elfernbeinenden Gestell niedergesetzt. Parsival war wie geblendet ob solcher Pracht und wieder waren Herz und Sinn ihm erfüllt von Anteilnahme, doch noch immer kam kein Laut über seine Lippen. Und als wie durch ein Wunder überall auf den Tischen sich die Teller und Krüge mit herrlichsten Speisen und mit köstlichem Trank füllten, da begann das Mahl. Staunend saß Parsival ganz hingegeben seinen Gefühlen und Gedanken, aber er fragte nicht, was für ein Wunder da geschehe. Hatte ihn Gurnemanns nicht gelehrt, der ungeduldige Frager sei wie ein Prahler? Nun schwieg er zum zweiten Mahle. Darüber waren die Ritter sehr traurig. Noch während des Mahls trug ein Knapper auf Geheiß des Siechen Fürsten ein Schwert herbei und überreichte es Parsival. In jedem Kampf wird es euch trefflich taugen. Erschütze euch und bringe euch den Sieg. Bevor mich Gott mit meiner grässlichen Wunde geschlagen, da leistete es mir gute Dienste. Ich aber ziehe nicht mehr aus, so nehmt es als mein Gastgeschenk, sagte der König. Und sein Blick ruhte fragend, ja, wie mit einer innigen Bitte auf Parsival. Der ließ es sich so gefallen, freute sich über die treffliche Waffe und dankte zwar mit höflichen Worten, warum man ihm aber das Schwert gegeben und wie sein Gastgeber zu seinem Siegtum gekommen war, darüber machte er sich keine Gedanken. Dann war das Mahl beendet. In feierlichem Zuge wurde die wundersame Schale hinausgetragen. Als die Tür sich öffnete, erblickte Parsival auf einem hohen Ruhebett einen weißhaarigen alten Mann. Doch nun bot der Herr der Burg seinem Gast eine gute Nacht und von Rittern begleitet, suchte Parsival sein Schlafgemach auf. Bald entführte ihn der Schlaf aus all den wunderbaren Geschehnissen. Doch in dieser Nacht quälten ihn wilde Träume, die erst die Morgensonne verscheuchte. Als Parsival sich von seinem Lager erhob, sah er erstaunt, daß man seine Rüstung und seine beiden Schwerter, das von Ither erbeutete und das Gastgeschenk von gestern, vor seinem Bett niedergelegt hatte. Kein Knappe kam, ihm beim Anlegen der Rüstung zu helfen, und nirgends fand er eine Schar, einen aus der Schar der Ritter. So, als wären sie mit dem Morgentor allesamt zur Jagd aufgebrochen, lag die Burlea im Frieden des frühen Tages. Wie ausgestorben halten die Gänge und Säle. Auf dem Hof fand er sein Ross gesattelt und das Burgstor stand offen, die Zugbrücke war heruntergelassen. Da ritt er hinaus in den Wald. Ein Knecht warf mit Poltern das Tor hinter Parsival zu und rief dem ausreitenden Nacht, Fahrt hin, verhasst da! Und als Parsival fragte, sich umdrehte, erscholl es, Konntet ihr keine Frage über die Lippen bringen, wenn es ringsherum alles darauf wartete? Habt ihr kein Herz im Leib, vor Mitleid zu vergehen, wenn überall fremdes Unglück euer Erbarmen sucht? Da forderte Parsival eine Erklärung, dieser ihm unverständlichen Rede, oben im Turm aber flog das Fenster zu. Nur Fußspuren von Rittern und ihren Rossen führten in den Wald. Vielleicht führen mich diese zu ihm, den ich gefunden und durch meine Schuld wieder verloren habe, so dachte er. Gar bald aber verloren sich die Fährten im Dickicht, dahin und dorthin, und nichts war um ihn als die Öde der Wildnis. Das Mitleid quälte er sich weiter. Ich trug es doch in mir und empfand es zutiefst. Nur daß ich dem Gefühl nicht Worte gab und mir die Rede verbot, ist dies vielleicht schon Schuld? Hat niemand denn von Ihnen allen, die da saßen, wehgeklagt, meine Anteilnahme gespürt? Waren sie denn nicht von meinen Augen abzulesen? Ist Mitleid etwa nur dort echt, wo es der Sprache fleißig sich bedient? Pasewal achtete nicht auf Weg und Steg, so sehr beschäftigte ihn die Frage, wo eigentlich seine Schuld wirklich je liegen könne. Vielleicht, fiel ihm ein, vielleicht liegt alle Schuld doch ganz allein bei mir. Was kann dem anderen mein Mitleid und sei es noch so groß schon nützen, wenn ich es für mich behalte? Aber größt Bedeutung hätte für mich Thor in jener Stunde doch die Furcht gehabt, man könne mich für einen eitlen Schwätzer halten. Habe ich nicht darum zu erkennen gegeben, daß ich zuerst an mich gedacht habe? War meine Eitelkeit nicht stärker als mein Mitgefühl für fremdes Leid? So ist's bei Licht besehen gewesen, so und nicht anders mußten es die Ritter deuten. Und dies mit Recht, echtes und großes Leid bedarf des warmen, anteilnehmenden Zuspruchs. Ihn habe ich dem fremden Mann in der Burg verweigert, obwohl die Runde der Klagenden darauf gewartet hatte. So entdeckte Parsifal bei sich selbst den Grund, washalb er wirklich versagt hatte. Froh, dies endlich zu wissen, hatte er nur noch den einen Wunsch, sein Mitleid den fremden Rittern zu offenbaren. Er gab seinem Pferd die Spuren und stürmte zurück in den dichten Forst. Viele Stunden irrte Parsifal vergebens im tannendichten Wald. Der einzige menschliche Laut, den er vernahm, war das Wimmern eines Weibes, das irgendwo weinte. Parsifal suchte die Bekümmerte und fand eine Frau über ein graues, gefaltetes Bündel gebeugt. Bebend vor Kälte und entstellt vom Schmerz, nahm sie keine Hilfe an. Woher der Ritter in dieser wundersamen Gegend komme, nur das wollte sie wissen. Da erzählte ihr der Ritter, was er in den letzten Stunden erlebt hatte. Wie ein schwacher Strahl von Freude fiel es über das verwitterte Gesicht der Alten. So bist du der Held, dessen Tugend für höhere Dienste ausersehen ist. Mit gebrochener Stimme flüsterte sie ihm von dem geheimnisvollen Reich des Graals, dessen Gast Parsifal gewesen war. Mont Serrat sei die Burg genannt, in der er geweilt habe, vom König Titorel erbaut. Sie birgt den Graal, die weihevolle Schale, mit der Josef von Arimathea einst das Blut des gekreuzigten Heilands aufgefangen hat. Wer sie schon erschaut, der ist aller irdischen Güter und himmlischen Seligkeiten teilhaftig. Nie findet einer den Weg in dieses wundersame Land, wo die Templisen, die Frömmsten und Edelsten aller Ritter den Graal bewachen. Nur den Auserlesenen, den führen sie zu sich. Doch zur Zeit herrschte der Unglücklichste der Graalskönig, Amphortas, denn ihn zerrte schwere Krankheit auf. Sehnsüchtig verlangte er nach dem Erlöser. Eine Wunde wurde ihm geschlagen, die keiner heilen kann, nicht einmal der Graal. Die Wunde schließt sich nur, wenn einer kommt, der voll Mitleid sich erbarmt und nach dem Leiden des schmerzgequälten Mannes fragt. Als Pasival dies hörte, da schrie er auf, warf sich vom Pferd und rief klagend, »Ich war der Tor, der andere leiden ließ. Oh, hätte mich die Mutter nicht geboren!« An diesem Schmerzenlaut aber erkannte die Frau, die neben dem einbalsimierten Leichnam ihres Gemahls kniete, den Sohn Herzeleids. Nicht anders hatte Pasivals Mutter aufgeschrien, als man ihr den toten Mann Gamoré brachte und so hatte sie im Wald von Soltan gejammert, als Pasival auf Nimmerwiedersehen davongeritten war. Die Frau aber, die ihn als Herzeleid Sohn an seinen Klagen erkannte, war Sigun. »Ich habe nicht gefragt! Ich habe nicht gefragt!« so rief Pasival immer wieder. Sigun aber erzürnte sich und wies den verzweifelten Pasival von dann. »Wunde über Wunder hast du gesehen! Der blutige Speer sprach zu dir, der einst am Fortas die unheilbare Wunde schlug. Die Königin offenbarte dir den Gral, und himmlische Herrlichkeit hast du geschaut. Als Retter warst du ausersehen. Wehe dir! Kein Mitleid brannte in dir auf, als du am Fortas Leiden saßt. Als Gralskönig warst du ausersehen. Nun bist du nichts als ein hoffnungsloser Tor. Gehe, wohin du willst, niemand kann dich jetzt noch retten. Dein weiterer Weg ist ohne Segen. So schieden beide in Bitternis und Verzweiflung voneinander. Vier Jahre lang irrte Pasival durch die Welt, bitter haderte der Mann mit seinem Gott. Nur eines kannte er noch, Abenteuer und Kämpfe. Immer weiter rückten seine Jugendjahre in die Vergangenheit. Eines Tages warf er auch Ochilos nieder, dies war der Mann Jeschutes, der er einst als ahnungsloser Tor Ring und Spange genommen hatte. Sie hatte seit diesem Tag größte Pein durch ihren Ehegemal dulden müssen. Als Pasival erfuhr, wie sehr zu Unrecht Jeschute von ihrem Mann misshandelt wurde, da ergriff er nach dem Schwert. Ochilos musste ihn als Sieger anerkennen. Und weil Pasival getrost ein Eid auf das Evangelium leisten konnte, das Jeschute niemals mit dem Gemahl die ehrliche Treue gebrochen habe, so kehrten Liebe und Frieden zwischen Mann und Frau zurück. Auch Orilos aber musste auf Pasivals Geheiß zu König Arthus ziehen. Unmutig und fröstelnd ritt Pasival eines Tages durch dorniges Geschrüpp. Er war der langen Irrfahrt müde. Das weiße Kleid des Winters lag wie ein warmer Mantel über dem Land und der Huftritt des Pferdes ließ deutliche Spuren im unberührten Schnee. Weit von hier, viele Tages ritte hinter dem Wald, da war auch sein Zuhause und seine Gedanken entflogen der Stunde an dem Ort, an dem er sich befand, wie die Wildgänse, die er jetzt gerade vom Feld aufgescheucht hatte. Aber nicht nur der nahen Ritter setzte den Vögeln die Unruhe in die Flügel. König Arthus Falkner war zur Beize gezogen. Sie befanden sich ganz in der Nähe und jagten die scheuen Kreaturen. Dabei geschah es, dass ihr bester Falke sich verflog. Als er die Vögel aufflattern sah, da stieß er hoch in die Luft und schlug mit seinen kralligen Fängen eine Gans. Drei Tropfen roten Blutes fielen dabei in den Schnee. Parsibal wurde traurig, als er die drei Tropfen sah. An den roten Mund seiner geliebten Frau mußte er denken und an ihr schönes Antlitz. Mit leutungslos, so nah fühlte er sich seiner Frau. Da wurde sein Ross langsamer und blieb stehen. Lähmend hatte das Heimweh in die Zügel gegriffen. Wie aber Pferd und Reiter versunken standen, da hätten sie beinahe nicht auf Segramor geachtet, der wild heranstürbte, um mit Parsibal zu kämpfen. Von Ferne hatte Arthus Falkner den roten Ritter erblickt und dies da riß es Segramor, den Vetter Arthus und hitzig heischte er beim König der Erlaubnis, im Zweikampf den fremden Ritter zu besiegen. Doch Parsivals Lanze strafte mit wuchtigem Stoß die Kühnheit des Angriffs. Das brachte den Seneschal Ki zum Wüten. Des fremden Ritters Kraft zu brechen, scheint ihm herrlicher Triumph. Und selbst der Spott über den geschlagenen heimgekehrten ist ihm nicht Warnung und nicht Hindernis. Aber noch übler zugerichtet mußte der edle Herr Ki seinem König unter die Augen treten. So arg hatte ihn Parsival zu Fall gebracht, dass er den rechten Arm und das linke Bein brach. Da wurde Parsival ein geschätzter Gast an des Königs Tafrunde. Eines Tages dann tauchte eine seltsame Reiterin auf, Kundrie hieß sie, und sie saß auf einem falbenden Maultier. Kundrie war eine Gralsbotin. Gräulich war ihr Gewand, hässlich ihr Angesicht, ungeschlachtet ihr Leib, den ein blauer Mantel umschlossen hielt. Aus einem wulstigen Mund drängten die Zähne hervor, die wie ungefügte Zäune standen. Klage führte sie wieder Parsival. Ein Ehrenlosen nannte sie ihn, einen zutiefsten Hölle verdammten, dessen Anwesenheit hier König Athos Hofgesellschaft entehre. Sagt mir doch, Parsival, ist euer Herz aus Stein, weil ihr kein Wort für König Amphortas kalten seelenlosen Augen. Habt ihr kein Herz, das euch fühlen ließ, was ihr geschaut und euer hart verschlossener Mund, er sei verflucht, der Mund, der ohne Erbarmen die Mitsorgende Stimme liebender Menschen unterdrückte. Zu den Rittern aber und König Athos gewand sagte sie, ihr habt meine Botschaft vernommen, richtet, handelt. Dann wendete sie ihr Reittier und ritt über das Land hinaus der Graals Burg zurück. Bevor sie aber die Athos Tafel für immer verließ, wandte sie sich nochmals an Pasival und von herzbewegender Trauer milder gestimmt sagte sie, ach Monserrat, du Haus des Unheils, dass du doch ein Tröster finden möchtest. Da war es um Pasivals Seelenfrieden geschehen. Zweifel folterten ihn. Selbst zerstörerisch bohrte er seine Gedanken in sein Herz und er fand in dieser Welt keinen Gott mehr. Was ist Gott? rief er aus. Hätte er Gurnemanns Rat, der ihn schweigen ließ, mit Achten und trotz seines Staunens vor den Wundern des Grals überhaupt reden dürfen? Natürlich hätte er sprechen sollen. Tausendmal schon hatten ihm diese Erkenntnis seines Versagens den Schlaf geraubt. Tausend Nächte hatte er grübelnd wachgelegen und überdacht, wie wieder gut zu machen sei, was die Trägheit seines Herzens zerstört hatte. Immer sah er dann das Ziel, das hieß, gehe hin und suche den Graal. Suche König Amphortas, der dein Mitleid braucht, das allein ihm Hilfe bringen kann. Parsifal wusste um sein Ziel. Sein jahrelanges ruheloses Umherwandern war nichts anderes als sein ewiges Suchen nach diesem Ziel gewesen. Er wusste es, aber er kannte es doch nicht. Den Weg. Bislang hatte er noch keinen getroffen, der ihm die Richtung hätte zeigen können, in der man zu reiten hat, um zu Graalsburg zu gelangen. Wie wohl er häufig genug danach gefragt hatte. Die Menschen, die ihm auf seinen Wegen begegneten, keiner hat den Weg gekannt, er war nur verständnislos angeschaut worden. Nun aber wurde seine alte Sehnsucht wieder wach, nachdem er der Verzweiflung nahe gewesen war. Wie ein Sieger war er in die Arthusrunde aufgenommen worden, wie ein Besiegter zog er fort. Nach dem Graal zu suchen, das war nunmehr sein glühender Wunsch. Alles in ihm verlangte danach, am Fort das fragen zu kennen, woher wohl so schweres Leid über ihn und den Graal gekommen sein. Heftige Sehnsucht nach seiner schönen Gemahlin zehrte an ihm, Sehnsucht nach Conviramur, die er allein zurückgelassen hatte. Was die Jahreszeiten draußen im Wald und auf den Feldern zu freundlichem Einklang fügte, das erschien ihm jetzt zerrissen, in feindlichem Widerspruch und Gegensatz. Wie sich im April Winter und Frühling befäden und die ersten Frühlings Lüfte und Sonnenstrahlen das Leben in den frost erstarrten Boden hauchen, so stritten Gute und Böse, hoffnungsfrohe und verzweifelte Gedanken in seinem wild pochenden Herzen.